Moin Leute, herzlich willkommen zum nächsten Viertelfinale-Kampf hier. Halbfinale ist noch lange hin. Vorsicht, ober. Hier im Böse-Bosse-Bösewicht-Turnier. Wir haben heute Frenos gegen Adrian. Sind beides wilde Teams. Ist ausgeglichen. Moinsen, Servus, Freunde. Was geht ab? Schön, dass du auch Eischal. Das freut mich sehr. Ja, ja. Ich glaube, immer was passiert an der Stelle. Ich hab direkt RTL 2 angemacht. RTL 2, 16.15 Uhr im Moment. Ja, geil. Da freut man sich doch. Wer guckt gerade um 16.15 Uhr? Eins in den Chat. Mitten im Leben. Schön. Mitten im Leben. Schauen wir mal, was happenen wird. Wer, denkst du, kommt weiter? Frenos oder Adrian? Ich. Ach, du Scheiße. Bei mir flackert alles. Oh, was? Ja, ja. Zabtos flackert komplett. Ach, du Scheiße. Kannst du meine Perspektive mal kurz einblenden. Ja, das werd ich nicht tun. So sieht's aus. Let's go. So sieht's aus, Wunderbar. Let's go. Perfekt. Oder irgendwer im Zuschauer-Dingens. Das kann auch sein. Bin mir nicht ganz sicher. Wen terra ich denn jetzt aus der Doppelschwäche raus? Gar keinen. Lass einfach stecken. Mach Pelipper, den hast du noch nicht getehrt. Ja, aber der ist Boden. Dann hat der halt die Pflanzenschwäche. Ja. Nee, lass mal nicht machen so. Ja. Okay. Respektig. Respektig. Aber war mir relativ klar, dass du hier mit dem Triad-Stuff reingehst. Ey, wir sind jetzt Viertelfinale. Jetzt kommt Triad. Klar. Ich hätte auch... Ach so. Ach so, gut zu wissen. Dass das im Viertelfinale schon anfängt. Ja, klar. Ich krieg gleich einen Schlaganfall, ne? Wenn ich da weiter hingucke. Oh, eigentlich schlimm. Lecker einrollen. Ja, können wir jetzt nicht ändern. Doch. Nee. Restart. Nee, jetzt hab ich einrollen. Es ist nicht Zapdos. Es ist wirklich das Gesicht von so einem Typen da im Hintergrund. Was einfach so riesen-polygonhaft aufgezogen wird. Okay. Startig? Ja, wär geil. Hätte ich eigentlich ganz nice so, um reinzugehen. Damit ich direkt wieder mit guter Laune am Start bin. Schade drum. Dark Lariat. Startig? Ja, dann schon, ne? Ja, ja, ja. Ja, sind wir ehrlich, ist doch nicht zu verhindern. Nee, ist aber fair jetzt auch. Genau. So. Alter. Was ist mit den ganzen Kommen zu bleiben? Ja. Ach, Giftspitzen. Cool. Das ist gar nicht toll. Hydration. Oh mein Gott. Ich hab ja so gecounterbildet. Alter, das ist ja so freck. Das ist ja geisteskrank geil. Zap 2. Zap 2. Holzgeweih. Terra hat sich gelohnt. Ja, ich würd sagen ja. Ich würd sagen ja. Ich denk, der wär sonst tot. Ja. So gut wie zumindest. Einrollen auf jeden Fall, sag ich. Uuuuuh. Eischoam doppelt sehr effektiv auf beide. Senkt die Initiative, wodurch mein Hydrationswälzer ab dem kommenden Spiel zu schneller sein wird. Schauen wir mal, was wird. Boah. Ich soll den jetzt lassen. Okay. Enigma wäre? Ja. Die gute alte Enigma wäre. Wie viele Hübelst du noch haben? Äh, genug. Spät, Steph, Drop. I doubt it. Ich denke schon. I doubt it. Tannemang, ja? Ja, genau. Hab dich im Blick, mein Freund. Oh, das war's jetzt nicht, Worth, Alter. Weiß ich nicht. Boah, ich weiß gar nicht. Bro, mein Zapdos ist fast tot. Ja, ist auch besser so. Raus damit jetzt. Weg damit. Jetzt wird's aber frech langsam. Wirklich. Nehmen wir, damit sind wir alle im gelben Bereich. Ist das gemein. Welsa ist nicht schneller. Was da soll in dem Regen tut weh. Oh, Welsa wäre auch lecker gewesen. Lecker. Lecker schmeckt gar fein und und auch. Nein, in Welsas Mund. Erst mal schön einäschern. Oh, deine Bäre. Du hast safe ne Bäre. Du hast safe ne Bäre auf Kogoroi. Ja. Meine Jaboka-Bäre. Oh nein. Endlich mal ne Bäre verbrannt, ey. Die Jaboka-Bäre. Na, aber schon miss. Wichtig. Ey, ist das gemein. Welsa ist so ein MVP, ne? Wirklich. Also nur wegen Welsa steht Adrian hier im Viertelfinale. Ist so, ist so. Und Welsa ist so. Und Welsa ist gerade richtig durchs Viertelfinale auch durch. Starte. Die Bäre ist doch weg, du Troll. Das war jetzt unnötig, Pidippa. Pidippa. Das war echt unnötig. War wirklich unnötig. Welsa ist so. Surfer. Mach alle weg. Rampos. Starte. Ist mir egal. Ich hab die Situation. Aber trotzdem geil, dass das drei von vier mal getriggert ist. Fühle. Ist halt ne Flammenkörper, Statikkörper. Flammenkörper, Statikkörper. Richtig. Flammenrad. Ja, ich glaub, das denk ich. Oh. Aber was macht Kokowai? Überschallknall. Drachenhammer. Hä? Du bist das Falsche. Nein, das ist genau der Richtige. Na, gar nicht. Tschüss. War nicht. Ja, diese Giftspitzen sind jetzt echt Arsch, ne? Also sag ich dir ehrlich, gewiss. Stimmt, es liegen Giftspitzen. Ja, das ist halt übel Arsch. Ja, find ich gar nicht. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich übel Arsch. Ich fühl's. Krebo-Tackle. Richtig, richtig übel Arsch. Krebo-Tickle-Tackle. Ja. Das find ich aber nice. Was denn? Dass der vergiftet ist direkt. Dass so langweilig hier Adrian verlieren wird. Ich fühl das übertrieben. Aber Welser carried, Welser carried. Komofelsen, erster Kick. Ach, krass. Oh mein Gott. Einrollen war es einfach. Ich sag, es ist... Kann durchaus sein. Schmiss du Wellen? Ja, fühl ich jetzt nicht so. Ey, Krebo-Tackle kann speziell gut Schaden machen. Ja, stimmt. Aber jetzt halt nicht mehr. Jetzt hält sich das ja in Grenzen. Okay, ja. Das ist, glaub ich, okay für mich. Wär, glaub ich, auf Zapdos besser gewesen, weil der direkt gestorben wär. Besser als den direkten Kill. Jetzt kann halt direkt nochmal was Krankes passieren. Ach, komm on. Ich mein, jetzt bin ich wieder schneller mit Zapdos auf... Nee, hä? Ja, ich wollt grad sagen, ist das nicht einfach gut für dich gerade? Wieso? Dein Minus-2-Special-Attack-Trop ist weg. Ah ja, okay. Bin ja schon wieder vergessen. Aber Speed-Werte sind halt super für dich. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt nice, ja. Und deine Verteidigungswerte auf Zapdos brauchst du eh nicht mehr. Nö, das stimmt. Aber Attack wär noch nett gewesen vielleicht. Ja, Quatsch. Okay, wir senken direkt wieder, ne? Digga, was ist denn? Diesmal den Angriff gleich mit. Mhm, mhm, mhm. Oh, die Velsa-Diene macht. Absolut, Velsa, jetzt hol dir deine zwei verdienten Kills. Schattenfessel. Number One. Am Start. Am Start. Velsa, der Zapdos-Killer. Ja. Also bisher ist das wirklich das Mon, was mich am meisten überzeugt, ne? Velsa, ja. Möglicherweise, ja. Der ist aber auch krank. Terra-Ausbruch. Bam. Und wir führen. Es ist jetzt aber zwei gegen drei, ist unfair. Ja, aber Giftspitzen. Ich glaub, das meddert fast mehr als die Anzahl der Pokémon. Je nachdem, wie schnell's geht. Mhm. Aber ich hab fucking Velsa und Krippotalk auf minus eins, minus eins. Also. Okay. Es wird ja nicht super schnell werden. Hast du schon getarrert? Nein. Äh. Wie kann man so sehr tryharden? Zwei legendäre Pokémon, Alter, gegen Velsa! Es ist... Was soll ich denn tun? Du hast drei Pokémon, die nicht legendär sind. Äh. Vielleicht so wär das... Hat du doch auch zwei davon mit, hä? Ja, aber warum nicht drei? Zwei! Zwei Drittel! Nimm doch alle mit! Zwei Drittel! Jetzt reicht's mir. Mir reicht's auch. Schon wieder diese scheiß Wasser-Kacke hier, Alter. Ja, war drei! Mach doch mal was anderes. Aber Blitzlinge eigentlich sehr gut für mein Team gerade, um ehrlich zu sein. Ja. Das protectet mich selbst. Ja. So, komm. Müsst du wählen, na? Irgendwann hat der halt einen akzeptablen Spezialangebund. Ja, jetzt! Ja, ist... Jetzt ist... Okay. Okay, jetzt! Jetzt! Alter, dreimal in einem Turn. Das ist schon crazy. Wenn er jetzt noch Müslüwellen einsetzt, dann Halleluja. Na, Aurora-Schleier. Was soll das? Er ist in einem ganz anderen Film gefangen. Er ist wirklich gefangen. Okay. Wie wär's jetzt mit... Steinhagel, Steinhagel. Wie wär's mit nicht... Erstmal Labradors wegbekommen. Ich mein, der ist jetzt, glaub ich, nicht die Gefahr... Machst du meine Hydration grad weg? Na, das hätte viel früher kommen müssen. Klammkörper als Feuer... Jetzt wirklich das Feuer-Pokémon, Digga. Was ist los? Geht's doch was zu burnen? Wär richtig gut. Wär lecker, ne? Oh, 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 bloß vier! Jetzt reicht's doch aber auch irgendwann. Hä? Ich glaub, jetzt hat er schon einen relativ akzeptablen Spitzor. Ich glaub, der ist immer noch nicht crazy, aber der wird schon Schaden machen jetzt. Nee! Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Kremotag, Alter, du bist es. Okay, jetzt ist es ein Zeitspiel. Aber du kannst dich nicht beschweren über Vergiftung. Natürlich beschwere ich mich über Vergiftung. Natürlich! Du kannst dich in dem Match nicht über Vergiftung beschweren. Natürlich beschwere ich mich. Ich denke nicht, Sir. Natürlich beschwere ich mich. Ich denke nicht, Sir. Du hast eine vierfache Vergiftung gleich an den Anfang gekommen. Du kannst nicht flüchten. Naja, aber am nächsten Teil wieder. Da geh ich dann raus. Ich sag ehrlich, Toxin ist sehr, sehr geil gerade. Ja, Toxin ist gigaschit. Okay, lass irgendwas killen. Komm. Ja. So ne Scheiße, Alter. Perfekt. Das ist ja, das ist der größte Skank. Jetzt was lieber auf Velsaga hat, ehrlich gesagt. Ja, der ist, der Threat, ey. Ich sag's dir, der holt ja doch den. Äh, ja, ja. Ja, schmal, ey. Nicht anvisiert. Wir sind Terrafeuer. Wir können nicht geburned werden. Schade drum. Wir sind derjenige, der burnen. Also jetzt auch nicht mehr, aber... Boah. Coaching. I don't like this. Ich bereite Laberlos auf meinen Tod vor. Du bringst ihm schon mal die Tricks bei, ne? Ja. So, was hast du jetzt noch als letztes Pokémon? Ja, ich wusste, dass du zwei Legendaries mitnehmen wirst, also musst du... A try harder. Hä, überhaupt nicht. Ekelhafter Try harder. Du hast mit dem Typen, ne? Hast du schon vier legendäre Poruman mitgenommen. Bei mir ist es das erste Mal. Du bist so ein ekelhafter Try harder. Ne, ne, ne. Das hat sich mir nicht gefallen. Es ist unfassbar. Kai, OG, Denzel, Angriff. Kai, Oga, Denzel. Beider Kass. Ja, wichtig. Verwirrung und dich selbst ergreifen und dann critten dabei, okay? Okay. Durch deinen Verteidigungsboost durch. Let's try. Let's go. Ich wäre aber sehr dafür, dass es Verwirrungskrits geben könnte, mal. Fände ich enorm wichtig. Verwirrung ist so schön übel Arsch. Och, der Crit wieder. Ey, du bist so ein luckiges Scheiße, ne? Oh nein. So, du kommst ja auch nicht mehr raus. Ich kann nicht mehr fliehen. Was willst du tun, ne? Wie traurig. Was ich jetzt tue, ich kille jetzt Kai. Ich glaube auch, wenn da jetzt was Spezielles kommt, wird es langsam eklig. Geh nah auf. Achso, weil er vergiftet ist. Ah, ja. Die Giftwitzen, sie sind so carryend. Ah, das ist schon so viel Schaden, Alter. Ist aber auch wichtig. Es ist immer noch zu wenig, meiner Meinung nach. Ne, 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 ne. Der ist echt gefährlich. Naja. Es ist eine gefährliche Situation. I doubt it. Du hast einen gecoachet Slava 3. Ja. Giftkettung. Oh. Du hast die Trazion. Okay, okay. Elzadin, du hast wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Tschüss. Ähm, jetzt muss, äh, jetzt muss unser OG hier irgendwie kommen. Ah, ne, oh. Was? Dieses W auf dem seiner dummen Stirn, Alter. Was soll das? Au. Au. Also ich würde mir gute Chancen zuschreiben, das gewinnen zu können, wenn ich nicht auch vergiftet wäre. Ach, irgendwas Brokenes. Na, hör auf. Au. Schöne, Schöne, Schöne. Ach, schon leider guter Schaden. Wir sind bei 50. Ich bin bei 25. Ja, 30. Ja, aber ich könnte es sogar nochmal überleben, vielleicht. Ich weiß nicht, durch Doppelflügel, maybe nicht mehr. Äh. Wir werden sehen. Du brauchst jetzt mal eine Wasserattacke, mein Freund. Da ist sie. Ist normal, glaube ich. Ja, Lava 3. Sehr gut. Heilboge, 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 komm. Nee, machen wir nicht, ist dumm. Boah. Plus 1 Giga-Stoß, let's go. Oh, lecker Schmecker an der Stelle. Wow. Und wenn du heraushitten möchtest, wessen Gegner Frenos bekommt. Welchen Gegner Frenos bekommt? What the fuck? Äh, dann, lass ein Like da erstmal. Und dann schaust du zu Flo rüber und schaust da die Viertelfinalkämpfe. Und dann findest du es raus. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Dann geht es schon ab mit dem Halbfinale. Let's go. Soh. 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 Bis zum nächsten Mal.